Ja, hallo, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Mal kurz gucken, wie ich haupt. Ach, wir sind auf easy gut, aber damit ihr nichts durch die Tür durchkommt, mache ich einfach nochmal so, weil Timmy's können auch Türen zerstören. So, ich hoffe mal jetzt ist alles wieder problemlos, problemfrei. Und eigentlich kann ich hier jetzt nur noch ein bisschen abbauen. Warum war es gerade so ein Druck, aber ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich wollte mir eine Schaufel machen. Ich habe total vergessen, was ich machen wollte. Ist ja wieder ein Tag her vor letzter Aufnahme, deswegen... Stein haben wir auch noch. Doch, Stein haben wir noch. Wäre ja auch ein Ding, wenn wir jetzt keinen Stein hätten. Das wäre jetzt zum Kotzen gewesen. Ich will ein bisschen ausholen, großflächig ausholen. Und ja, ich hau da auch gleich mal... Ich hole auch gleich mal eine aus. Na, die Fackel liegt am Boden, wa? Deswegen, ja. Ich sag nur, Dynamic Lights Mod. Der ist echt genial. Ja, genial. Klang die Fackel auf dem Boden liegen kann. Und dass er verschwindet, ist er eigentlich genial, der Mod. Also ich versuche jetzt irgendwie nach Eisen zu graben. Bei Eisen werden wir auch brauchen. Und was zu essen hat, ist recht. Denn jetzt fangen wir langsam schon an, auch mal was davon zu verbraten. Ja, essen kann man nicht nur braten, sondern auch verbraten. Das ist doch logisch. Und die Schaufel ist doch auch wieder kaputt. Ich denke mir nicht, dass sie noch lang genug hält, um mir alles abzubaggern. Das ist doch logisch. Gut. Dann haben wir hier noch die Erde weg. Und dann auch noch die Erde weg. Und vergesst irgendwie immer, die Musikschutz gleich mal zur Aufnahme laufen zu lassen. Aber meistens, ich füge sie dann meistens noch in den Nachhinein noch ein. Und so, wie hell haben wir es hier? 13. Gut, das ist ein guter Balance. Und dann haben wir noch eine Cola, aber die brauchen wir schon mal für Eisen. Und Schafe für Woll. Also okay, wir können ja auch nicht Penkie und die Nacht einfach mal, äh, die Nacht einfach mal, äh, rübergehen lassen. Das ist halt das Problem, weil wir gar keine Wolle gefunden haben. Das ist jetzt ein Problem, wa? Gut, dann graben wir uns einfach jetzt hier weiter runter. Ist ja auch, ist ja auch nicht gerade schwer, um einfach hier die Stein wegklappen oder versuchen, was zu finden, würde ich sagen. Am liebsten haben wir ja noch ein bisschen Kohle und Eisen zusammen. Das wäre ja mir jetzt am liebsten. Aber man kann ja nicht beeinflussen, was man kriegt. Ne. Ne. Das ist jetzt nicht wahr. Doch, eine Schlucht. Genau hier unten. Mache ich erstmal zu. Also merken kann ich's mir ja, dass da unten Schlucht ist. Toll, dann grabe ich mal irgendwo anders rein. In der Hoffnung, dass da nichts ist. Ja, jetzt ohne Eisensbewaffnung und ohne Eisenwerke in die Schlucht zu gehen, wäre rein das Selbstwortkommando. Und deswegen mache ich das jetzt nicht. Wir brauchen Fackeln. Eigentlich will ich ja jetzt die letzte Kohle nicht ruinieren, aber ich muss es ja. Ich hab da keine andere Wahl. Weil, man muss es ja warten bis Tages, dann irgendwie wieder an Holzkohle ranzukommen. Ja, so wär's machen. Denke ich. Zumindest. Ich weiß es nicht. Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nichts. Aber deswegen fähle ich auch ganze Zeit her. Toll, ich weiß nichts. Ich kann mir gleich mal eine Spitzhacke machen. Hier unten ist es hält genug, habe ich von uns gecheckt. Wie hält er was hier? Elf. Naja. Also, Fackeln stehen zwar genug, auch im Abstand. Das ist schon mal sehr gut. Und ich sehe schon, wir haben's Tag. Ich brauch' erst mal ein Steinschwert. Der mit einem Holzschwert. Wie gesagt, das ist Selbstmord. Axt haben wir auch noch. Wie gesagt, okay. Axt kann man ja verbrennen, alle Zeit noch. Machen wir gleich mal eine Steinaxt. Sonst vergesse ich es ja immer wieder. Wow, wo sieht die aber höhlenmenschlich fortgeschritten aus? Hier oben ist nichts. Hier oben ist Skelett. Ach, das hat halt auch noch Schaden bekommen vom... Äh... ...vom Tageslicht. Warum das so schnell down gegangen ist. Okay, Holz sammeln für Holes, Coal. Da haben wir auch gleich Zuckerrohr. Das ist auch gut. Dann werden wir jetzt wieder schön zumachen hier. Damit da ja nichts reinkommt. Ja nichts. Jetzt können wir uns wieder Holzkohle machen. Zum Glück auch. Alter Schwede. So. Dann werden wir aber wieder zum Holz. Damit es lang genug brennt. Nö. So. Dann machen wir uns mit Holzkohle, würde ich sagen. Da braucht man, glaube ich, nur so viel. Und noch so viel. Das dürfte reichen, um alles zur Holzkohle zu machen. Dann haben wir noch vier Fackeln. Überrich. Überrich. Dann baue ich ja mal ein bisschen aus. Damit wir auch mal ein bisschen Cobblestone haben. Und das so ein bisschen wirkt, als hätte man das so alles angeglichen. Das müsste ja nicht nur so wirken. Das machen wir ja gerade auch. Es soll auch gut aussehen, obwohl es noch eine Mine ist. Ja. Wissen wir ja, Minen sind eigentlich lebensächlich. Scheiße, ja. Aber jetzt müsste alles gut aussehen, ne? Scheiße, ja. Das ist doch schnell mal gehandhabt. Und das kann ich auch zumachen. Dann graben wir zwar bei Eurona, würde ich sagen, wa? Weg damit und weg damit. Jetzt kann ich mal mein erstes Hausdruck aus Cobblestones bauen. Ich weiß es nicht, wie ich es machen werde. Aber ich denke mal, Cobblestones kriegt man ganz einfach überall her. Nicht schön Skelett. Und meine, wie gesagt, Spitzjacke ist kaputt. Als ob ich das nicht schon wüsste, dass die in den nächsten paar Sekunden kaputt geht. Aber nein, ich habe ja keine neue gekraftet. Ich nie. Alles in dem muss man nochmal machen. Und sogar zwei Pfeile haben wir schon. Wie geil ist das denn? Obwohl, ich habe doch keinen Bogen. Nützt mir nichts. Da kann ich mich voll in, wie ich will. Das heißt, ich habe sogar ein Osterspecial machen. Auf dem Surfer mit einer Eiersuche. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kommt auf an, wie sich alles noch so ergibt. Irgendwo ist doch was. Und ich habe auch gerade eine Höhle. Das sind keine guten Zeichen. Neue Schaufel. Ich habe es doch gewusst. Wenn hier wirklich eine Höhle sein sollte und die offen liegt, dann muss ich auch hier ab und zu mal verschließen. Kohle haben wir jetzt viel. Das ist schon wirklich nur Holzkohle. Aber das ist erstmal egal. Ah, das ist auch Koppel. Das sieht doch aus, das ist Koppel. So, noch zwei Stück sind drin. Komm, jetzt raus tun, dass es eh noch brennt. Dann haben wir jetzt 15 Kohle. Ich muss echt bald mal nach Schafen suchen. Ich bald mal. Weil ich will ja nicht mal pennen gehen können. Weil da muss der Meer mal eine Nacht einfach mal so mal durchharrt. Und das Meer hat man dann an Tag überall rumlaufen. Und das will ich ja irgendwie nicht. Das will ich irgendwie versuchen zu vermeiden. Und da ist Eisen. Aber ich weiß nicht wirklich nicht, ob da jetzt was dahinter ist. So eine Höhle. Wie gesagt, kämpfen ist mit so einem Steinschert nicht gerade die beste Lösung. Wo ich jetzt echt gerne so einen Eisenchert hätte. Alter. Zu. Ha. Ha, 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 ha. Pech gehabt. Okay, da hinten war schon eine Höhle. Kann hierhin da auch alle Zeit mal eine Höhle sein. Und jetzt ab und zu select, da kann man auch mal in so ein Loch ganz einfach reinfallen. Deswegen aufpassen, wenn es ruckelt. Ich könnte eigentlich auch wieder einmal hoch in unser Mini-Lager gehen. Also mit dieser einen kleinen Kiste. Da kann ich auch mal eine große Kiste draus machen. Und ich brauche wieder Fackeln. Das ist schon mal gar nicht gut. Wenn wir dauernd Fackeln brauchen. Boah, die dürfen jetzt eigentlich reichen, oder? Was sagst du? Moment, die da ist. Wir haben es. Hier ist 10. Faktor 10. Nee, der ist so. Dunkel. Hier, ich würde das jetzt Eisen mitnehmen. Oh, nichts dahinter. Nichts da... Nichts drüber geht. Zwei Eisen, Eisenschwert. Gut. Haben wir schon mal ein Eisenschwert. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ich meine, wie ist es ein Iron Sword zu haben? Ein Iron Sword. Und da wir noch so viel Holz haben, könnte ich eigentlich sogar gleich mal... Und steigen haben wir auch noch genug. Äh... Kann ich so machen. Dann mache ich hier einen Leitern. Ja, wenn ich dann hier einen Leitern mache, wie ist es hier runter? Und da eine Fackel und da eine Fackel. Dann mache ich nämlich... Einfach nur noch mal ein Chest vor Sicherheit. Einfach nur mal ein Chest vor Sicherheit. Einfach nur mal ein Raum drum. Mit einer Tür natürlich. Mit... Ne Tür natürlich. Lustig. Erstmal was fressen natürlich. Ich möchte hier, äh... Ja. Für Fleisch besorgen. So ist ja, ich muss nicht lange überleben hier. Und hier höre ich hier oben auch noch mal was drauf. Dann muss ich mir wirklich, äh... Auch so eine Tür hier noch. Habe ich noch genug Holzapfen, äh... Für Stiggis und so. So eine Leiter garantiert nicht. So eine Leiter habe ich garantiert nicht mehr genug. Ich kann es ja mal probieren. Das heißt, hier... Doch, ich wäre jetzt gedacht, ich habe dafür noch genug. Ich habe dafür noch genug. Okay. Leitern. Damit man wieder runterkommt. Brauche ich ja noch irgendwo eine Leiter? Ne. Okay. Hell ist es hier noch nicht besonders. Gut. Dann ist es ja auch schön hell. Okay. Was kann man eigentlich alles mal ablegen? Die Leiter auf jeden Fall ist jetzt die ganze Erde, das da, den Kies. Äh... Die Pfeile brauche ich momentan auch noch nicht. Dann machen wir mal ins Eisen. Ich bin jetzt irgendwie noch frei dabei. Ne, da haben wir auch nicht genug für die Rüstung. Das ist jetzt extrem scheiße. Das ist jetzt schon fertig. Das ist jetzt gut. Das ist jetzt eigentlich schon da. Ich weiß nicht, wo kann man das abbauen? Scheiße, auch nicht. Hier können wir auf jeden Fall das mal Cobblestone, also durch Cobblestone ersetzen. Und wenn wir hier ran bringen hier, dann machen wir einfach mal hier so, 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 so. Und ein Fäckchen ran. Genau eins davon. Und nochmal zwei. Und wir haben jetzt auch ein Eisenschwert. Können wir mal halt legen. Ein Eisenschwert. Damit könnte ich eigentlich mal jetzt, äh, ohne Problems... Oh, oh. Doch nicht ganz so gut, wie ich vorhatte. Da unten ist ein Zombie. Ein Zombie. Hier ist auf jeden Fall jetzt zu und sicher. Ich sag, ich werde irgendwann da mal reingehen. Irgendwann. So, wir können mich ja auch mal in der Richtung graben. Eigentlich auch. Wir haben ja jetzt ungefähr drei Minensche... Also, nee, drei Minenschefs, sondern drei Gänge, wo man mal lang gehen kann. Da eins rein. Vielleicht vielleicht auch hier oder in diesem Berg wohnen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich's mach. Eigentlich bin ich schon weg von der Winterinsel. Eigentlich will ich schon hier weg. Eigentlich, wie gesagt. Aber so langsam... Und wirklich so langsam... Finde ich wirklich gefallen dran. Das ist dein... Das ist dein... Aber wirklich so langsam kriege ich wirklich gefallen hier an der Insel. Gut. Dann gehen wir jetzt hier rein. Und graben hier mal ein bisschen. Und dann ist die Folge auch jetzt schon rum. Bye, bye.